Ich liebe euch alle. Ich frage mich, ob man diesen Satz sagen kann, ohne sich wie die abgehalfterte Parodie eines Showmasters der 60er Jahre zu fühlen oder wie ein kompletter Vollidiot. Ich frage mich, ob man das fühlen und sagen kann heutzutage. Heutzutage, damit meine ich eine Zeit, in der Missverständnisse zum Programm zu gehören scheinen, in der das sich Nicht-Verstehen die Basis aller Debatten ist. Und ich frage mich, ob es nicht die Basis aller Debatten sein müsste, Nächstenliebe auszuüben, weil man es kann.